Sozusagen. So, wir machen jetzt hier ein Paket auf. Ich bin mega, mega gespannt. Also für alle Leute, die keine Ahnung haben. Das Paket hat mir Bissi zugeschickt. Also der liebe BigBiss hat mir das zugeschickt. Und ich bin halt mega gespannt, was da drinne ist. Ich hoffe noch nicht, dass da was kaputt gehen kann. Ich muss mir mal einen Postfach oder sowas anschaffen, dass ich öfters mal solche Unboxings machen kann. Das wäre doch voll cool, oder? So, ich will gar nicht reingucken. Okay. Yay, Pappe! Oh fuck! Bissi ist nicht dein Ernst! What the fuck? Schatz! Komm mal her! Oh shit! Oh shit! Bissi! Was tust du? Okay. Fand ich sie aber nur, weil du Fame bist. Weißt du, wie sich das Paket hast? Guck mal, was hier drin ist. What the fuck? Pick up! Oh shit! Wie geil ist das denn? Alter! Alter! Das ist ein Jahresvorrat-Pick up! Oh shit! Du bist ja mega verrückt! Oh fuck! Dann ist das Leckere, also ganz schnell. Oh shit! Bissi, gib mir eine Woche und die sind alle! Oh fuck! Oh fuck! Noch was gesteckt, ey! Ich stelle dir 50 Euro dagegen, dass du das nicht hinkriegst! Oh fuck! Oh fuck! Oh warte, stopp! Das ist falsch rum! Was ist da? Ich tue Bissi! Oh wie geil ist das denn? Oh shit! Oh shit! So passt mal auf! Warte mal, wie geht ihr auf? Hier rein, dritten bestimmt durch euch das Team. Ach hier, warte mal her! Ja! So, pass mal auf! Haha! Geil! Ich mach... Geil! Ich mach jetzt hier... Wieso ist denn das? Ach so, da kann man einen Preis drauf schreiben. Hier schreibst du dann drauf... Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4. Haha! Wie geil! Guck mal! Wie Thomas jetzt sagt, ich schreibe jetzt hier... Hier steht dann auf Woche 1 Vorrat oder so, weißt du? Oh Bissi, du bist ja verrückt! Wie cool! Oh shit! So! Jetzt stelle ich mir jetzt immer neben meinen Monitor. Und... Geil! Ohne Spaß! Geil! Ach, das kommt hier hinten rein. Ah! Oder doch nicht. Oh! Das ist abgegangen. Ach, ich kann das... Warte mal, das ist falsch rum. So rum. Wird hier reingesteckt. Ah! So rum! Und das kommt jetzt hier ab. Und jetzt hab ich einen Dreh raus. Hier vorne ist es quasi zum Entnehmen und hinten schreibe ich dann was drauf. Wie geil! Haha! Oh Bissi! Dankeschön! Mega cool! Und das Lied ist grad zu Ende. Seh ich grade. Oder merk ich grade. Ah, wie cool ist das denn bitte! Und da... Haha! Ja! 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 Ja!